Okay, kommen wir zu den Kippstufen. Die monostabile Kippstufe deckt, denke ich mal, beides ab, die bistabile und die astabile. Also beginnen wir mal. Wir beginnen mit dem stabilen Zustand hier, und zwar zunächst. Der Transistor 1 schaltet durch, die Strecke-Kollektoremitter ist niederohmig und hat also nur 0,2 Volt Sättigungsspannung, die an ihr abfallen. Dann ist eben dazu parallel geschaltet die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2 auf der rechten Seite, und der kann mit, da er parallel geschaltet ist, ebenfalls nur 0,2 Volt, eben nicht durchschalten und ist entsprechend gesperrt. Die meiste Spannung fällt dann hier an dem Widerstand R1 und der LED 1 ab, und diese leuchtet entsprechend. Da T2 sperrt, ist die Kollektoremitterstrecke von Transistor 2 hochohmig. Dadurch fällt dort auch die meiste Spannung ab und die LED 2 kann nicht leuchten. Der Kondensator C1 und die Basis-Emitterstrecke von dem Transistor 1 sind in Reihe geschaltet und zusammen parallel zu der Kollektoremitterstrecke von Transistor 2. Dadurch wird eben die Spannung für die Basis besorgt und der Kondensator kann sich aufladen. Er lädt sich nämlich von rechts nach links auf. Und Transistor 1 kann durchschalten. Dann, nachdem C1 komplett geladen ist, wird dieser hochohmig und wird dann sozusagen zu einem großen Widerstand. Der Transistor 1 wird nun durch den Widerstand RB1 weiter durchgeschaltet, weil sonst würde ja hier alle Spannung abfallen. Nun wird der Taster gedrückt. Dieser schließt die Versorgung der Transistor 1 Basis kurz, sodass an dieser keine Spannung mehr anliegt, um durchgeschaltet zu werden. T1 sperrt also. Damit sind wir in den A-stabilen Zustand eingetreten. Da T1 sperrt und die Kollektoremitterstrecke von T1 hochohmig wird, fällt an ihm die meiste Spannung ab und die LED 1 hat nicht mehr genügend Spannung, um zu leuchten. Die Kollektoremitterstrecke des Transistor 1 ist parallel zum Widerstand R3, der in Reihe mit der Basis-Emitterstrecke des Transistors 2 liegt. Und dadurch wird nun eben die Basis-Emitterstrecke mit genügend Spannung versorgt, um eben den Transistor 2 durchzuschalten. Da Transistor 2 nun durchschaltet, wird die Kollektoremitterstrecke von Transistor 2 niederohmig und die meiste Spannung fällt eben an R2, Widerstand R2 und der LED 2 ab und diese leuchtet. Der Kondensator C1 hat nun begonnen, sich von links nach rechts hier in dieser Schaltung zu entladen. So liegt links ein negatives Potenzial an, das ist jetzt mal hier so gekennzeichnet. Da Transistor 1 die Basis-Emitterstrecke parallel dazu ist, liegt hier ebenfalls ein Potenzial an, weshalb er sperren muss oder eben schlagartig auch sperrt. Nachdem sich C1, also unser Kondensator, von links nach rechts entladen hat, beginnt sich er durch diesen Widerstand RB1 wiederum von links nach rechts zu laden, also nach der Ladung diese Richtung laden. Dann, entsprechend liegt dann an der Basis von Transistor 1 kein negatives, sondern auch ein positives Potenzial an, die aber zunächst noch nicht reicht, um durchzuschalten. Nachdem sich C1 dann von links nach rechts auf ein größer gleich 0,7 Volt geladen hat und liegt dann entsprechend auch an der Basis von Transistor 1 die entsprechend hohe Spannung an und wir sind im Übergang zum stabilen Zustand. Dann schaltet eben der Transistor wiederum durch, Transistor 1, die Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 1 wird niederohmig und es fallen nur die 0,2 Volt Sättigungsspannung ab. Da parallel dazu in Reihe geschaltet sind Widerstand 3 und die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2, hat dieser eben auch nur 0,2 Volt und das reicht nicht, um Transistor 2 durchzuschalten und er sperrt entsprechend. Die meiste Spannung fällt an Widerstand R1 und LED 1 ab, weil eben die Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 1 niederohmig ist. Da Transistor 2 sperrt, ist die Kollektor-Emitterstrecke hochohmig und an Transistor 2 fällt die meiste Spannung ab. Die LED 2 kann eben nicht mehr leuchten. Nun ist der Kondensator hier, C1, parallel zur Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 2 und wird also ebenso mit der hohen Spannung versorgt und LED von rechts nach links. Weiterhin ist anschließend auch der Transistor 1 BE parallel, also die Basis-Emitterstrecke parallel und wird mit genügend Spannung zum Durchschalten versorgt. Und wir sind wieder im stabilen Zustand. Sobald sich der Kondensator geladen hat, wird die Basis wieder über den Widerstand B1 geladen.